bewusstsein das unbewusste das große ganze hallo und herzlich willkommen zum nächsten video aus der kategorie reden wir über das leben und zwar heute geht es um die zusammenhänge zwischen den dingen über die ich die letzten videos in den letzten videos bereits gesprochen habe und zwar wenn wir beginnen das bewusstsein oder das bewusste sein je nachdem wie wir es betonen wollen im prinzip ist bewusstsein die subjektive wahrnehmung ist ein weltbild ein bild das du von der welt hast und das setzt sich zusammen aus allen kleinen individuellen erfahrungen emotionalen befindlichkeiten kognitiven prozessen wie zum beispiel eben das gedächtnis die erwartungen die du an irgendetwas hast und auch die aufmerksamkeit die du auf irgendetwas richtest und dann auch noch aus den kulturellen und sozialen einflüssen und der größte part von dem bewussten sein oder von dem bewusstsein ist eben wie wir uns selbstbewusst sind wie wir uns wahrnehmen was wir von uns halten wie wir glauben dass wir sind das heißt da geht es um selbstwahrnehmung um selbstwertgefühl um selbstvertrauen um selbstreflexion um selbst akzeptanz weil all das ist irgendwann im laufe deines bisherigen lebens gewachsen und natürlich eben unser bewusstes denken und unser bewusstes verstehen das heißt das bewusstsein oder das bewusste sein je nachdem wie wir sehen wollen ist eben das bild das wir von der welt gezeichnet haben was wir auch verändern können dazu komme ich dann noch aber das was du jetzt bist das wo du gerade stehst ist die summe all dessen was du bis jetzt erlebt hast und da gibt es eben einen kleinen teil der dir wirklich bewusst ist und eben einen viel größeren teil der nicht bewusst ist hier geht es jetzt mal um das bewusstsein oder um das bewusste sein und aus meiner erfahrung nach ist sehr wichtig dass wir eben viele dinge die wir unbewusst und wirklich wieder bewusst wahrnehmen in die bewusste wahrnehmung bringen und dann auch damit arbeiten können wenn wir uns jetzt das unbewusste anschauen da haben wir die ganzen dinge die auf autopilot laufen also alle lebensnotwendigen körperlichen abläufe das atmen dass die verdauung dass wie wir gehen wie wir sehen wie wir hören dass alles ist funktioniert normalerweise unbewusst wir brauchen jetzt nicht überlegen wie wir einen fuß von den anderen setzen sondern wir haben das irgendwann gelernt und seitdem läuft das auf autopilot das heißt die ganzen lebensnotwendigen körperlichen abläufe wie unser körper tickt wie unser körper funktioniert die laufen auf autopilot im unbewussten dann auch alle prägungen und konditionierungen das heißt alles das was ich vorher eben erwähnt habe was und schon geschehen ist im laufe unseres lebens alles was wir erkannt haben was wo wir konditioniert wurden durch unsere eltern durch unsere familie durch den staat was auch immer das alles ist in diesem autopilot drinnen und läuft so lange weiter in der gewohnten form bis wir es bewusst verändern es kommen auch alle emotionalen befindlichkeiten dazu das heißt das ist jetzt auch ganz wichtig wenn wir uns mit human design beschäftigen ich habe zum beispiel ein offenes emotional zentrum das heißt ich nehme die emotionen anderer menschen war aber ich habe sie fast 50 jahre lang für meine emotionen gehalten und ich bin mir immer komisch vorgekommen und es war immer irgendwie so emotionale achterbahnen weil ich von gleich auf jetzt da irgendwie ausgeflippt bin und erst seit ich mit human design arbeite ist eben so dass ich sage okay sind das jetzt überhaupt meine emotionen und wenn es meine emotionen sind woher kommen die beziehungsweise wenn sie mir gut tun ist es okay wenn sie mir nicht gut tun ist meine frage die ich mir stelle woher kommen sie woher kommen sie und kann ich das verändern aber an und für sich solange wir uns eben nicht ins bewusstsein holen oder bewusst wahrnehmen laufen diese ganzen dinge die ich vorher erwähnt habe auf autopilot im unbewussten wirklich alles was wir irgendwann einmal wahrgenommen haben in unserem bisherigen leben hat uns zu dem menschen gemacht der wir heute sind und hat auch unser unbewusstes themen entsprechend eben aufgebaut programmiert wie auch immer man das jetzt nennen möchte was das unbewusste auch noch ist ist eben ein filter das heißt unsere aktuelle brille unser aktuelles bild von der welt alles das was bisher in unserem leben passiert ist prägt unser leben das heißt es ist auch die brille auf die wir auf unsere umwelt schauen unser aktueller status quo und den können wir verändern aber wir müssen uns auch bewusst sein dass wir ihn selbst erschaffen haben letztendlich und dieser status quo resultiert eben aus allem was wir jemals erlebt haben ich habe sie immer wieder schon erwähnt jetzt alles was wir bis jetzt erlebt haben was wir wahrgenommen haben was wir erfahren haben was wir erfahren mussten was wir lernen durften all das hat uns zu dem menschen gemacht der wir jetzt sind und wenn uns das nicht gefällt dann können wir es bewusst verändern aber wir müssen zuerst einmal uns bewusst machen woher kommt das ganze was ist das ist das jetzt eben eine emotionale befindlichkeit die vielleicht gar nicht unsere ist wenn du zum beispiel auch ein offenes emotional zentrum hast oder ist es jetzt irgendeine prägung konditionierung die unser leben steuert also das unbewusste sagt dass der filter die brille es kann es die rosa rote brille sein es kann aber auch eine tief schwarze brille sein es ist unser status quo auf den wir auf andere menschen schauen und du wirst menschen kennen die ganz anders ticken wie du die andere filter haben die auch andere prägungen und konditionierungen eben haben aber das sich mal bewusst zu machen ist jetzt ziel dieses videos heute dass wir eben da unterscheiden was nehmen wir bewusst war was wollen wir bewusst verändern wo stehen wir gerade und was läuft aber im untergrund quasi im unbewussten alles auf welche autopiloten sind da eingeschalten welche filter wirken und alles das hat natürlich auch einfluss auf unser verhalten das was wir bis jetzt erfahren erlebt haben macht uns zu dem wer und was wir sind und veränderungen funktionieren nur nach einer vorher bewussten bewusst getroffenen entscheidung und dann müssen sie natürlich auch umsetzen und ich werde ganz am schluss noch etwas zum habe anischen schamanismus sagen da gibt es ein ein prinzip und das heißt energie folgt aufmerksamkeit hört man heutzutage auch schon sehr oft in der mindsetszene kommt aber ursprünglich aus wirklich uralten traditionen und es ist auch so die energie folgt der aufmerksamkeit ich habe sie im video über das unbewusste beschrieben mit sorglos keine sorgen haben oder eben dann das gegenteil wirklich zu überlegen was will ich gern stattdessen weil eben die energie der aufmerksamkeit folgt das heißt wenn ich jetzt stehe an einem punkt wo ich sage das nervt mich unheimlich dann habe ich zur möglichkeit nicht kann das was mich nervt bekämpfen dadurch bekomme ich aber mehr davon weil ich meine aufmerksamkeit eben auf das lenke was ich bekämpfen möchte oder ich kann sagen okay ich richte meine aufmerksamkeit auf ganz was anderes und ich habe jetzt das praktische beispiel auch was mit dem grund war für diese videoserie ich hatte vorher eine videoserie begonnen mit interviews von menschen die ich schon lange kenne und wo ich davon ausgehe dass die auf einer ähnlichen wellenlänge surfen als ich es tue und ich habe gemerkt nach den ersten interviews dass es mir persönlich wieder besser ging also ich habe dann gemerkt ich war in einem tief drinnen in einem kleinen tief jetzt nicht wirklich was tragisches aber ich habe mich irgendwie gehen lassen ich war irgendwie in einer bubble drinnen wo mir alles auf den nerv gegangen ist jetzt diese ganzen coaches und affiliate marketer und was weiß ich was jetzt alles noch so zu sprießen beginnt an begrifflichkeiten die einfach nur ein abklatsch dessen sind was sie eigentlich früher waren und ich hatte mich wirklich da irgendwie zu tief reinfallen lassen und diese interviewserie hat mich selbst dann wieder rausgeholt weil ich hier jetzt wirklich wieder mit menschen in kontakt gekommen bin die jetzt eine große vision haben eine mission haben ein ziel haben die etwas bewegen wollen die etwas in der welt verändern wollen und ich mir jetzt eben wieder diese energie zurückgeholt habe um wieder mehr auch in diese richtung zu gehen wo will ich hin und und meine große mission ist eben dass ich sage ich möchte diese lehre des habeanischen schamanismus in verbindung mit human design viel intensiver in die welt tragen das heißt ich richte meine aufmerksamkeit jetzt wieder auf das wo will ich hin was will ich noch bewirken in meinem leben und und nicht mehr so sehr auf das okay die nerven mich alle und von daher eben energie folgt der aufmerksamkeit ist ein ganz ein wichtiges prinzip das wir uns immer vor augen führen sollten und auch müssen wenn wir es nicht tun passiert es trotzdem also das ist ja die krox an der geschichte dass auch wenn wir sagen nein das stimmt nicht es stimmt ja trotzdem also es wird uns ja immer wieder bestätigt das worauf wir unsere aufmerksamkeit richten dahin fließt energie und von dem bekommen wir immer mehr und auch wenn du es vielleicht nicht hören möchtest es ist einfach so und das dritte thema hier jetzt in diesem video ist das große ganze wie auch immer tut als jetzt nennen möchtest ich sage immer es ist das große ganze das heißt wir hatten das bewusstsein ist eben dieser quatsch da im kopf oben das unbewusste wäre jetzt dieser graue körper mit dem roten herzen das auch auf der vorigen folie war und hier jetzt das große ganze sehe ich so wie ein spinnen netz wo ihm viele solche maxim herum sitzen und wirklich die verbindung zwischen uns allen besteht das heißt wie auch immer du das nennen magst ob das gott nennst ob das universum nennst was auch immer für einen begriff du dafür hast wir gehen davon aus mal das große ganze es gibt ein großes ganzes und das ist das was uns alle miteinander verbindet also für mich ist dieses spinnen netz durch das ich am waldrand lebe habe ich draußen viele spinnen netze manchmal laufe ich auch rein das ist eher unangenehm jetzt vom realen spinnen netz in der freien natur auf der anderen seite kann es uns auch auffangen das heißt wenn wir das jetzt auch daran glauben dass es irgendwo ein spinnen netz gibt was alles zusammenhält und wo wir an fallweise auch vielleicht mal hinein fallen lassen können weil es uns gerade nicht so gut geht es gibt irgendwo etwas was uns auffängt was uns alle miteinander verbindet und um jetzt auf unser bewusstsein und auf unser unbewusstes zurückzukommen meine überzeugung ist eben wenn ich etwas bewusst will jetzt nicht vom kopf mir etwas zusammen reime sowie zum beispiel meine zehziele die ich dann wieder geschmissen habe weil ich gesagt habe für mich sind zehziele einfach nicht passend nicht stimmig das heißt wenn ich es nicht nur vom verstand her irgendetwas will sondern eben wirklich es ein herzensbedürfnis ist und darum ist auch das rote herz so groß und knallig in diesem grauen maxel mit dem quatsch im kopf weil es muss uns auch ein herzensbedürfnis sein wenn es nur irgendein herumgeprabbel herumgestammel ist oder irgendetwas was jetzt irgendwer gesagt hat das brauchst du unbedingt und du bist ja aber nicht bewusst du willst das nicht wirklich du du magst es eben für jemand anderen oder du denkst darüber nach wegen irgendetwas was irgend jemand gesagt hat wenn du etwas wirklich willst nicht nur vom verstand her sondern auch wirklich von herzen her wenn es den herzensbedürfnis ist und ich mag es eben so dass ich es meinem unbewussten dann schmackhaft mache dass ich eben sagt du das und das könnte ich mir toll vorstellen was hältst davon ziehen wir das jetzt durch dann verbindet sich dieses mein unbewusstes mit diesem großen ganzen und besorgt mir dass all das was dazu noch fehlt damit ich das wirklich erreiche was ich möchte also das ist meine wirklich tiefste überzeugung schon seit ich habe es heute eben wie ich die folien gemacht habe überlegt seit drei jahrzehnten weil ich habe mitte der 90er jahre eben mit tuner begonnen und seitdem ist es auch meine ganz große überzeugung dass eben mein unbewusstes mein bester freund ist und wenn ich mit meinem unbewussten so spreche wie ich es mit einem guten freund tue dann geht es auch her sagt okay ich klinke mich jetzt da oben ein und dann schau mal wer hat das was ich brauche und bringt diese menschen wirklich auch in meine in zu mir in meine umgebung oder wie auch immer in meine aura das heißt wenn ich es umlege jetzt auf diese interview serie die ich gerade zuerst erwähnt habe ich habe gemerkt dass ich mich in dieser negative bubble mit die gehen mir auf die nerven befunden habe und das war so ich will da jetzt wieder raus ich habe die entscheidung getroffen ich will da jetzt wieder raus und dann hat wirklich eins das andere ergeben und irgendwie kam dann die idee und ich mache jetzt eine interview serie und dann habe ich eben gemerkt dass ich mit jedem interview mehr rausgekommen bin dass meine aufmerksamkeit wieder in eine andere richtung zu fließen begonnen hat dass ich wirklich wieder sage okay meine mission meine vision und da will ich hin und dann kam jetzt eben auch dieses live talk von wegen über das leben reden dass ich eben vielen menschen noch viel mehr menschen etwas mitgeben möchte was meine tiefste innerste überzeugung ist und es funktioniert natürlich auch in die andere richtung nämlich alles was ich tue all meine handlungen fließen in dieses große ganze mit rein es heißt immer ich also ich höre immer wieder naja was kann ich als einzelner mensch schon bewirken ja ich kann als einzelner mensch wenn ich mir jetzt vorstelle dass es da ein paar milliarden menschen auf der welt gibt werde ich jetzt nicht alles verändern aber je mehr menschen so ticken wie ich und die mehr menschen nicht auch davon begeistern kann dass sie vielleicht in eine ähnliche richtung beginnen zu ticken und dass sie vielleicht mal der möglichkeit eine chance geben dass wir wenn wir mehr werden immer mehr erreichen können immer mehr in dieses große ganze rein füllen was dann eben auch jemand anderer abholen kann und mag desto mehr werden wir etwas bewirken oder gemeinsam eben erreichen ich denke da immer an das buch von ella kensington mysterio ich werde es dir vielleicht beim video an link rein also bei der beschreibung ein link reinsetze das hat mich fasziniert als ich das buch damals gelesen habe weil da geht es eben auch darum jede jede gedanke wird zur realität das heißt überleg dir was du denkst weil möglicherweise kommt es gibt ja auch den spruch sehr vorsichtig mit deinen wünschen weil sie könnten in erfüllung gehen und daraus resultiert dann auch eben dass wir auch in das große ganze etwas reingeben das heißt wir sind ein kleiner bruchstück dessen ein kleines bruchstück dessen was dieses große ganze ausmacht aber ich frage mich eben immer wieder will ich das will ich dass das was ich gerade tue wirklich der maßstab für die menschheit wird will ich wirklich das irgendwann einmal viel mehr von dem was meine überzeugung ist in die welt rausgetragen wird und in dieses große ganze einfließt das heißt wenn ich jetzt böse und negativ bin dann trage ich das genauso in dieses große ganze mit rein als wie wenn ich mich bemühe eben etwas von meiner vision von meiner mission umzusetzen ich möchte jetzt noch anhand eines beispiels noch bildlicher bildhafter erklären wie diese drei bewusstseinsebenen zusammenspielen und zwar stell dir mal das navigationssystem deines autos vor wie funktioniert das navi wenn wir uns ins auto setzen tippen wir ein ziel ein und das navi geht dann her und berechnet die strecke das heißt da sind programme dahinter geschalten die eben jetzt eine landkarte zur verfügung haben die eben die strecke berechnen aber auf der anderen seite ist die auch ständig verbunden mit verkehrsfunk also wenn es ein gutes navi ist ist dieses navi verbunden mit dem verkehrsfunk das heißt es weiß baustellen es weiß verzögerungen und es informiert uns eben auch über diese baustellen und verzögerungen beziehungsweise berechnet dann die route eben neu weil eben wir die schnellste route ausgewählt haben oder so das heißt du tippst nur das ziel ein und den rest macht das navi ich meine fahren musst auch wieder du und es liegt auch in deiner entscheidung ob du von der route abweichst bewusst oder ob du dich nach dem hältst was das navi dir vorgibt und genauso funktioniert das mit dem bewusstseinsebenen das heißt wir definieren ein ziel nicht aus dem verstand heraus ganz wichtig sondern eben auch im hinblick auf unsere werte und ethische und moralische vorstellungen wir machen es unserem unbewussten schmackhaft nicht indem wir das unbewusste um programmieren oder irgendwie programmieren sondern wirklich schmackhaft mache wie man seinen besten freund oder der besten freundin schmackhaft macht und dann klingt sich unser unbewusstes in das große ganze ein und liefert uns alles was wir dazu brauchen um das ziel zu erreichen also du siehst ich gehe davon aus es funktioniert alles wie das navi es ist wichtig zu entscheiden wo will ich hin ich definiere ein ziel und dann so okay du was hältst davon dass wir jetzt weiß ich nicht heute nach mariazell fahren und das navi setzt sich hin das unbewusste setzt sich hin berechnet die route umgelegt aufs unbewusste eben klingt sich ins große ganze ein und sagt okay wie kommen wir daher zum schnellsten hin und ich möchte jetzt auch noch vom hawaiianischen schamanismus eben noch diese drei bewusstseinsebenen und die sieben prinzipien kurz anführen damit ihr auch die basis kennt woraus ich diese überzeugung gewonnen habe wie gesagt seit 30 jahren eben mein ständiger begleiter ich sage es jetzt da auch noch dazu es gibt auch ein buch von mir mein freund kuh bewusste arbeit mit dem unbewussten da war die vorlage dieser alte uralte ich war zweifel mein freund habe wo der protagonist eben einen zwei meter zehn und einen halb großen weißen hasen hat den aber nur er sieht also es ist kein hase es ist ein pucker es ist eben so ein ein hase der ihm eben seine wünsche erfüllt hilft zu erfüllen und für mich ist das so auch das unbewusste also für mich ist das auch so dieser dieser hase es ist jetzt bei mir jetzt nicht unbedingt ein hase sondern eben mein bester freund der mich immer und überall begleitet und die drei bewusstseinsebenen im in hunger im hawaiianischen abenteuer schamanismus sind eben ist vergleichbar mit unserem bewussten verstand dann haben wir kuh vergleichbar mit unserem unbewussten daher kommt auch der name mein freund kuh für mein buch eben über über hunger und dann haben wir keine unseren anteil am göttlichen selbst das ist eben das was ich sage okay dieses große ganze dass wenn ich mich wenn ich etwas wirklich will dass mein unbewusstes sich ein klingt also ich habe es dann etwas abgewandelt und habe mir eben das bild vom habe oder eben auch vom navigationssystem als vergleich genommen und dann gibt es im prinzipien die habe ich auch schon eines davon habe ich gesprochen und zwar das erste prinzip ist das heißt die welt ist wofür du sie hältst das passt wieder zu unserem bewusstsein oder bewusstsein eben das was ich bis jetzt kennengelernt habe und gelernt habe aus dem heraus aus diesen filtern aus dieser brille heraus schaue ich auch auf die welt und du wirst merken dass andere menschen ganz anders auf die welt schauen das heißt die welt ist wofür du sie hält das zweite prinzip ist kala das ist es gibt keine grenzen außer denen die du dir selbst setzt das dritte prinzip ist dann eben das worum es geht markier energie folgt aufmerksamkeit das vierte ist man aber jetzt ist der augenblick der macht das fünfte ist aloha lieben heißt glücklich sein mit und sechstes man alle kraft kommt von innen alle kraft und alle macht kommt von innen und das siebte und letzte ist prono wirksamkeit ist das macht ist das maß der wahrheit das heißt das sind die sieben prinzipien nach denen ich lebe wo ich auch eben in meinem buch mein freund kuh auch immer beispiele dazu gebracht habe übungen dazu gemacht habe es gibt auch einen eine playlist hier auf youtube über die 700 prinzipien also wenn du dich tiefer damit beschäftigen möchtest findest du hier einiges beziehungsweise schreibe einfach kommentar im kommentar was du gerne noch darüber wissen möchtest ich wollte hier jetzt nur einen kleinen überblick geben über das was in meinem leben wirkt was in meinem weltbild einen fixen platz hat gleich leben wobei schon länger als wir jungen design aber sie sind für mich beide gleichwertig stehen nebeneinander und ergänzen sich auch unheimlich gut miteinander das war's jetzt für heute vielen dank dass dabei warst wenn es dir gefallen hat lass meinen daumen hoch da und vielleicht eben auch einen kommentar wenn du noch zusätzliche anregungen möchtest schreibst mir in einen kommentar und